hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren video auf meinem kanal wir bauen wie heute im letzten video erwähnt den weg zur armentisthöhle und dann selber also ich weiß noch nicht ganz genau eine vollautomatische farm oder eine handabbau farm bauen will bei einem armentisten aber zuerst bauen wir mal den weg dahin aus das heißt der weg hier den will ich dann ein bisschen tiefer ausbauen so dass man hier so lang hopsen kann auch genau und dann auch dass man den vielleicht noch ein bisschen breiter macht oder so also auf jeden fall erst einmal tiefer und dann vielleicht auch breiter genau das ist ja wie gesagt eigentlich der weg zur niederfestung aber ich habe einen abzweig also es ist direkt das portal am Weg dran gut hier habe ich Brücken gebaut gehabt das heißt die muss ich ersetzen genau also wenn dann würde ich so die amethysten farmen dass die beobachtet werden im wachstum und dann abgemacht werden von pistons hier sind überall so kleinen zwischen höhen im gang eigentlich sollte ich eine schnellere picke haben aber irgendwie ist die so langsam ich weiß nicht warum das jetzt so ist aber ist auch egal ob dann die picke baut ab so da ist auch schon das portal genau hier geht es zur niederfestung jeweils drauf genau da ist die niederfestung und 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 hier oben geht es oben auf auf den niederfestung auf ne um scheint noch irgendwo weiter zu gehen ohpala soulspeed und gut Komisch, ich dachte eigentlich, hier geht's hoch zu Niederfestung. Gute Frage, wo geht's denn da hin? Boah. Ach, so weit. Kann sein, dass es da zum Endportal geht. Ich weiß es nicht. Das waren die weitesten Wege. Ich habe zwei davon. Genau. Wenn es so ausgebaut ist, kann man hier richtig schnell lang gehen. Super. was ein missgeschick so, jetzt haben wir die erste schlucht Da vorne sieht man schon den Portalraum von mir Bei Bedarf könnte ich auch mal, ich glaube da sollten noch Lohnspawner in der Festung stehen, könnte ich die auch mal ausbauen So sieht der Weg schon besser aus Da erkennt man auch, dass der mehr Bedeutung hat Genau, nächste Schlucht Oh wow, das ist das Das ist das So, da vorne sollten wir dann aber angekommen sein, oder? Oder habe ich dann einfach nur Block vergessen? Ja, da sollte ich angekommen sein Wenn man mal Updates drauf fährt, kommen neue Rezepturen Ja, der Portalum Ja, der Portalum Mhm Ach, ich ahne es Oh nein Den kann man einfach zukünken Das ist der NetRite Grabgang Ich brauche aber kein NetRite mehr So Der ist So Das war ja mal eigentlich eine Trade Farm hier aber Ja, die ist auch schon Geschichte Ich könnte das hier so So ein kleines Umgebung So ein kleines Umgebung Hm Ja, so Perfekt So kann man das doch lassen Und wozu weit der Gang? Noch ein Portal Noch ein Portal WTF Hm Das war der erste Teil des Videos Der zweite kommt nächste Woche Wenn ihr keine weiteren Videos mehr von mir verpassen wollt Abonniert meinen Kanal Liked das Video wenn es euch gefällt Video Ideen könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben Also Video Ideen die nicht so anspruchsvoll sind Wünsche würde ich gerne umsetzen So wenn es in meiner Macht liegt Falls ihr noch sonst welche Wünsche habt hierfür Könnt ihr das mir auch gerne in die Kommentare schreiben Ciao